Mein Name ist Marco. Ich bin freier Traurredner. Die Liebe ist ein privates Weltereignis. Wie Weihnachten, wie Silvester, wie Geburtstag. Meine Aufgabe ist es daraus, den Feiertag für die Ewigkeit für zwei Verliebte zu machen. Ich war schon immer ein guter Zuhörer. Und ich freue mich jedes Mal auf eine neue Liebesgeschichte. Es ist eine Ehre zu erzählen, wie damals alles begann. Eine gelungene Trauzeremonie ist für mich fröhlich, persönlich und tiefsinnig. Ich möchte meine Paare und ihre Gäste gerne zum Lachen, zum Weinen, zum Küssen, aber auch zum Klatschen bringen. Ich möchte meine Ent televisös. Im blowen, bleu, naugsehen. kann ja gerne oder die Abilnahme sein, ripping singers. Ich kann mich wahrscheinlich nie im facileen Arbisch specialistsen sein. Vielen Dank.